Meine Lieben, ein neues Video und zwar die große Enthüllung von Amira Pocher zur Trennung und was ich dazu zu sagen habe und Leute, da habe ich einiges zu zu sagen, denn zum einen sind versteckte Hinweise drin, zweitens, wie viel Geld hat sie für dieses Interview bekommen und natürlich für ihr Schweigen, das sie ja so lange hatte, bis heute. Jetzt geht's los. Ihr seht, meine Erkältung geht und geht und geht nicht weg, ja. Ich habe ja auch schon meine große Kanne Tee stehen, ja. Also, ich bin wirklich immer noch verschnupft, ich weiß nicht, was ich mir da eingefangen habe, ja. Dass es überhaupt nicht weg geht. Also, meine ganze Nase, Nebenhöhlen ist irgendwie zu. Aber ihr müsst es jetzt ertragen, ihr müsst da jetzt durch. A, durch das Gesicht, B, durch die Stimme und das kriegen wir schon alles hin. Amira Pocher hat ja bislang zur Trennung von Oliver Pocher geschwiegen. Das hatte jetzt aber auch Gründe, denn sie hat ihre Story exklusiv an die Bunte verkauft. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, wenn man natürlich schweigt, weil man sehr viel Geld bekommt und schätzungsweise bei dem brisanten Thema, ich habe jetzt mal so Rücksprache gehalten, mit so dem einen oder anderen, der, ja, der also weiß, was dafür bezahlt wird, ist es so ab 50.000 aufwärts, ja. Klar, da hätte ich auch, da hätte ich auch meinen Mund gehalten für das Geld. Aber, klar, jetzt schauen wir mal dieses Interview uns ganz genau an, denn das sind auch so zwischen den Zeilen einige Dinge rauszulesen, die ich, naja, ein bisschen seltsam finde. Ich weiß nicht, wie es ihr finden werdet. Ich freue mich auf die Kommentare, freue mich auf das Like hier auf dem Video. Und jetzt schauen wir uns das ganz genau an. Das ist jetzt hier mal die aktuelle Bunte, ja. Im Übrigen, ey, die kostet mittlerweile 4,40 Euro. Also, finde jetzt nur ich das extrem teuer oder, ich meine, das sind 8,60 Mark für die Bunte, also für ein Klatsch-und-Ratsch-Heftlein. Ich weiß nicht, wie ihr es findet. Also, ich finde, das ist schon echt extrem teuer. Ich meine, da kann man sich ja, wer kann sich denn das hier jetzt noch jede Woche kaufen? Das sind ja dann im Monat 20 Euro. Das finde ich schon viel dafür, dass eigentlich nichts Aktuelles drinsteht. So, da haben wir Amira Pocher, ja. Im Übrigen, ja, Amira Pocher. Ich habe auch gleich noch Insights für euch, Leute, die, da wird es euch die Schuhe ausziehen. Wir haben nämlich ein paar Leute auf Instagram geschrieben und da habe ich ganz tolle Dinge erfahren hier über Frau Ali. So, so habe ich um unsere Ehe gekämpft. Das ist also schon mal der Titel, ja. Oliver Pocher teilt seit Wochen gegen seine Noch-Ehefrau aus. Nun spricht Amira exklusiv. Exklusiv heißt ja, dass sie wirklich nur der Bunte das Interview gegeben hat. Da hat sie dann natürlich auch nochmal eine Sperrfrist für andere Interviews. Was ich hier jetzt mal kurz zu bedenken gebe. Amira Pocher, die niemals, 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 niemals in die Öffentlichkeit wollte, ja, hat bei der Sendergruppe RTL, und da gehört ja mittlerweile Kuna und Jahr, das ist ein sehr großer Verlag, Traditionsverlag aus Hamburg mit dazu, die unter anderem den Stern verlegen, aber auch die Gala. Und die Gala ist ja das unmittelbare Konkurrenzmagazin zur Bunden. Und sie moderiert bei VOX eine Sendung, die heißt Prominent und hatte ja auch so einen Ausdruck ins Reality-TV gemacht als Moderatorin. Die Sendung ist allerdings kläglich gescheitert an den Quoten, wurde nach RTL Plus verbannt und hat auch da keine guten Abrufzahlen. Also, so what? Wenn ich jetzt bei einer Sendergruppe arbeite, wo ein großer Verlag dazugehört, ja, also was mittlerweile mit das größte Medienunternehmen in Europa ist, ja, dann frage ich mich, ja, warum gebe ich denn nicht dort mein Interview? Jetzt hat natürlich Oliver Pocher bei Frauke Ludewig ein Interview gegeben und vielleicht hat sie sich gedacht, nee, das macht sie da nicht. Dann ist es schlicht und ergreifend einfach nur der schnöde Mammon, der hier die Welt regiert. Und Amira Pocher, die immer sagt, es geht ihr nicht ums Geld, es geht ihr nicht um Fame, es geht ihr nicht darum, verkauft also exklusiv ihre Story. Welchen Beigeschmack hat das jetzt für euch? Das frage ich euch jetzt mal. Ich als Beispiel, wäre ich jetzt in der Position, dass ich irgendetwas moderiere beim RTL? Vielleicht ja mal doch nochmal irgendwann Frühstücksfernsehen. Und da bleibe ich doch da dabei, also da behalte ich doch meinem Sender und die Treue. Also mir hat mir immer jemand gesagt, beiß nicht die Hand, die einem füttert. Und das finde ich schon so ein bisschen, es hat also für mich einen ganz schnöden Beigeschmack. Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt sagen, ah, Michael, du kannst dir Amira eh nicht leiden. Ja, kann ich nicht. Mochte ich nie, kann ich nicht. Finde sie sehr aufgesetzt. Und vor allen Dingen, was ich noch gehört habe, beziehungsweise was ich geschrieben bekommen habe, das zieht euch auch noch die Schuhe aus, das kommt nämlich auch noch. Aber wir gehen jetzt mal aufs Interview ein. Im Übrigen muss ich auch mal noch kurz erwähnen, ich hätte das nicht mitbekommen, hätte meine beste Freundin Anne mir nicht gesagt, hol dir mal bitte morgen die Bunte, da ist das Exklusiv-Interview drin und jetzt schauen wir es uns auch wirklich an. Also an der Stelle nochmal ein Dankeschön, sonst hätte ich es gar nicht mitbekommen, weil ich jetzt nicht mit einer Dauerwelle beim Friseur sitze und die Bunte lese, ja. So, bla bla bla, also wie ging es mit den Schlagzeilen um und so weiter. Und das wird also gefragt, aber wir gehen auf die interessanteren Fragen ein, ne. Ihr Mann hat Ihnen gegenüber immer betont, er sei noch der gleiche. Haben Sie sich in den letzten Jahren verändert? Selbstverständlich, als ich Olli kennengelernt habe, war ich 23 Jahre jung, heute bin ich 31, habe zwei Kinder. Es wäre traurig, wenn ich mich nicht weiterentwickelt hätte. Okay, so, der Alltag ist mit Kindern einfach ein komplett anderer, da kann man nicht morgens spontan sagen, lass uns die Koffer packen und zum Superbowl nach L.A. fliegen. Damit teilt sie natürlich auch jetzt wieder gegen ihn aus, weil er ja großer Superbowl-Fan ist. Ja, das war so der erste Seitenhiebe. Natürlich macht er ja auch die Seitenhiebe, dass er dann auch legitim, dass sie das auch darf. Ihr Mann ist bekannt, gegen andere auszuteilen. Hätten Sie gedacht, dass auch Sie in sein Visier geraten? Also, ich wäre sehr naiv, wenn ich nicht damit gerechnet hätte. Ich habe ja gesehen, wie er in der Vergangenheit über andere Ex-Partner in der Öffentlichkeit gesprochen hat. Olli kann einfach nicht anders. Das ist seine Medizin, sein Antrieb und da geht er leider Gottes auch wirklich sehr, sehr weit. Viel zu weit. Unsere Familie hätte ich das gerne erspart, aber das ist mit Olli nicht möglich. Er sagt ja aber auch, dass sie überhaupt keinen normalen Umgang mit ihm haben kann. Ohne Vorwürfe, ohne Streit, ohne Diskrepanzen oder ähnliches. Das hat er ja mehrfach gesagt, sowohl im Interview bei Frauke Ludewig, aber auch in seinem Podcast. Und ja, alles schwierig, ne? Ihr Mann befeuert das Gerücht, sie hätten eine Affäre mit dem Motivationscoach und Podcaster Björn Kattilatu. Was totaler Quatsch ist, richtig ist, dass Björn und ich bei verschiedenen beruflichen Projekten zusammengearbeitet haben und zuletzt über einen gemeinsamen Podcast gesprochen haben. Ihren Podcast macht sie ja mittlerweile mit ihrem Bruder. Und da, ich muss jetzt einmal vom Interview auf Instagram abgrätschen, denn ich habe hier einfach eine Information für euch. Die kann ich euch nicht vorenthalten. Ich blende das jetzt nicht ein, aber ich lese es euch vor und ich kann sagen, dass ich die Quelle überprüft habe, dass die Person im sechsstelligen Bereich Follower hat, bei Instagram Influencer hat. Ich brauche erstmal einen Schluck Tee hier. Übrigens, falls ihr euch fragt, weil ich auch gefragt werde, die liebe ich, diese Art Deko-Tee-Kanne. Da bin ich auch schon ein paar Mal drauf angesprochen worden, weil ich die schon in ein paar Videos gesehen habe. Und heute trinke ich eine Mischung aus Kräuter und Schwarztee. Also eine seriöse Quelle, und zwar ein Musiker aus Österreich. Und nicht jetzt meine Musik, weil es eher so in den Bereich Hip-Hop, Rap, Black Music geht. Und der schrieb mir jetzt, hallo Brudi, habt ihr ein Video gesehen? Die Amira wollte vor einigen Jahren auch in meinem Musikvideo mitspielen und hat mich mehrfach kontaktiert und fast gebettelt, dass sie mit mir drehen kann. Ich hatte damals bereits den Eindruck, sie ist nur famegeil. So, dann habe ich natürlich nachgefragt, ob er das gemacht hat, ob er sie da reingeholt hat. Nein, sie hatte dann keine Zeit. Das war noch die Zeit, als sie in Klagenfurt wohnte. Ihr Bruder und sie sind die totalen Fame B-E-T-C-H-E-S. Glaubt mir, ich habe meiner Freundin vor zwei Jahren gesagt, ich gebe den ganzen Spiel von Amira noch zwei Jahre. Dann hat sie sich abgesichert und holt sich den Fame und dann stößt sie ihn ab. Krass, oder? Und ich kann sagen, es ist eine Person, wie gesagt, sechsstelliger Bereich an Followern. Also auch mit blauem Haken und allem drum und dran. Ich habe mir die Musikvideos ein bisschen angeguckt, also ganz professionell. Und ja, also da zeichnete sich das ja schon ab, dass sie tatsächlich vielleicht in die Öffentlichkeit wollte. Auch wenn sie das immer wieder auch ganz stark betont, dass dem eben nicht so ist. Jetzt ist ja auch aufgetaucht, diese Geschichte mit Bion Katilatu. Was man davon halten soll, weiß ich nicht, weil er hat ja Familie und auch ein Kind, sie hat zwei Kinder. Er hat ja auch noch eine Frau, er ist nicht getrennt, er ist nicht Single, sie sagt, sie sei Single. Nun denn, da könnt ihr euch selber eure Meinung drüber bilden. Die Bunte fragt hier jetzt aber auch natürlich nochmal nach an dieser Stelle. Und zwar sind sie Single. Ja, ich bin Single, aber nicht aus Überzeugung. Nur weil meine Ehe mit Olli nicht funktioniert hat, habe ich den Glauben an die Liebe nicht verloren. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder jemanden kennenlerne und mich verlieben könnte. Aber das geht natürlich nicht auf Knopfdruck. Ich freue mich auf die Zukunft. Okay, klar, das geht nicht auf Knopfdruck. Das ist mir schon klar. Ich habe mich ja auch mal wieder kurz ins Datingleben selber gestürzt. Mit der Erkenntnis dann, dass ich eigentlich ein tolles Date hatte. Und zwei Tage später habe ich nachgefragt, ob wir uns nochmal sehen wollen. Da meinte er, nee, seine Frau ist gerade zu Besuch. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen, Leute? Ich habe da einfach auch scheiß Pech, ey. Aber egal, ich bin gar nicht das Thema. So. Ja. Mensch, jetzt bin ich ganz rausgekommen durch die eigene Geschichte. Haben Sie schon erste Dates gehabt? Nein. Nicht, dass es an Angeboten mangeln würde, aber auch Online-Dating würde ich nicht mehr machen. Olli habe ich bei Tinder kennengelernt, aber meinen zukünftigen Partner möchte ich auf traditionelle Weise finden und nicht wie im Katalog durch hin und her wischen. Also, sie hatte damals Glück, einen Prominenten bei Tinder zu finden. Punkt eins. Den hat sich geschnappt. Jetzt braucht sie ja, also das Glück, dass sie nochmal irgendjemand ganz Prominentes auf Tinder findet, würde ich mal sagen, sind die Chancen sehr gering. Aber sie hat ja jetzt selber Bekanntheitsgrad. Und da ist es ja vielleicht auch eventuell einfacher, jemand aus dieser Liga zu finden. Ich sage euch, wenn da mit Beyond Cartilator eben nichts ist, wird ein Partner kommen, den wir hier in unserer Bubble, in unserer Gossip-Klatsch-und-Ratsch-Bubble in jedem Falle, in jedem Falle kennen werden. Ich wette, 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 wette darauf. Was denkt ihr? Schreibt mal bitte unten rein. Dann finde ich eine Sache hier noch ganz wichtig, beziehungsweise zwei, ja. Also, sie wird jetzt gefragt, wie der Kontakt eben mit ihrem Mann ist, also mit Oliver, ja. Und sie sagt dann eben, dass sie nur schriftlich kommunizieren, ja. Und die Übergabe würde sie nicht persönlich schaffen, ja. Und das fällt ihr sehr schwer. Und sie stellt sich auch schon mal hinter die Tür, sagt sie. Genau das hat ja Oliver Pocher bereits in Interviews gesagt, aber auch schon in seiner Insta-Story, dass sie eben nicht damit umgehen kann. Mein neuer Klingelton. Jetzt wissen wir ja, sie hat ja irgendwann mal im Podcast gesagt, mich kriegt man mit Psychologen, also sie geht ja auf sehr viele Vorträge von Psychologen, natürlich auch von Motivations- und Glückscoaches und beschäftigt sich mit diesem Thema. Jetzt frage ich mich, wo ist da der Punkt oder der Trigger, dass sie vor den Kindern es nicht schafft, einen normalen Umgang mit ihrem Ex-Partner zu haben. Also, das finde ich befremdlich. Das zeigt hier überhaupt gar keine Souveränität, wie ich finde, von ihrer Seite. Und das, ja, finde ich schon ein bisschen bedenklich. Sie schließt da auch ein komplettes Liebes-Comeback aus. Dann wurde sie natürlich noch gefragt, ob es Berechnung war, Ruhm, Erfolg, Geld und so weiter zu haben. Und sie sagt, selbstverständlich ging es um nichts davon. Seit Beginn unserer Beziehung habe ich mich immer angepasst. Und das hätte sie eben nicht gemacht, ja. Also, sie wäre da reingestoßen worden. Und ich meine, man muss aber auch ein bisschen reingestoßen werden wollen dazu. Und das nehme ich hier also nicht so ganz ab. Ja, das war mal das Update. Ich freue mich jetzt auf eure Kommentare, Likes und Abos. Und natürlich kommt die Reaction auf Große Promi-Büsen-Folge 2. Da werde ich mich heute auch noch dran setzen. Und Sommerhaus-Wiedersehen habe ich auch noch ein bisschen was zu zu sagen. Also, es bleibt, 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 bleibt alles ganz spannend. Juti, meine Lieben. Wir sehen uns hier. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Mikel. Ciao.